Spirulina Cereal Instant Getreidepulver mit Spirulina Spirulina ist weithin als sogenanntes Superfood bekannt und ballaststoffreiches Getreide wird von allen Ernährungsexperten empfohlen. Die XN Spirulina Cereal wird aus hochwertigem Getreide- und Spirulina-Pulver hergestellt und ist eine der besten Nährstoffquellen, die es gibt. Spirulina enthält fast 300 aktive Inhaltsstoffe und ist die am leichtesten verdauliche Proteinquelle. Es enthält alle essentiellen Aminosäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann, sondern nur über die Nahrung erhält. Ohne sie können jedoch keine einwandfreien Proteine hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung der blutbildenden Organe, denn der hohe Chlorophyll-Gehalt von Spirulina hilft bei der Produktion roter Blutkörperchen. Es ist Cholesterin und zuckerfrei. Er kann eine komplette Hauptmahlzeit ersetzen. Der Getreideanteil sorgt für ein Sättigungsgefühl, was es zu einer sehr effektiven Unterstützung des Abnehmprogramms macht. Er kann mit heißem Wasser oder Saft, Milch oder Joghurt, mit frischem Obst oder Steinobst der Saison zubereitet werden. Er kann mit heißem Wasser werden.